In diesem kurzen Quick Release möchte ich dir nur fix zeigen, wie du die klassischen Übungen zum Einfluss des Parameters A bei der Sinus-Funktion meisterst. Das wäre einmal das Zeichnen eines Graphen bei vorgegebener Funktionsgleichung und andersherum das Ablesen von Funktionsgleichung bei einem gegebenen Graphen. Die Grundlagen für die Bewältigung liegen im Einfluss des Parameters A, die ich ausführlich in diesem Video hier oben beschrieben habe. Wenn du dir also noch nicht ganz sicher bist, was der Parameter A genau macht, dann schaue da noch einmal vorbei. Beginnen wir mit dem Zeichnen des Graphen der Funktion f ist gleich 2,5 mal Sinus . Dabei startest du am besten mit den Nullstellen der Funktion, die nämlich bei den Vielfachen von Pi liegen. Das muss so sein, denn der Parameter A streckt oder staucht die Sinus-Funktion ja nur in y-Richtung. Die Nullstellen bleiben davon unberührt und verbleiben bei den Vielfachen von Pi. Genau in der Mitte von zwei Nullstellen besitzt die Sinus-Funktion immer ein Maximum oder ein Minimum. An der Stelle Pi halbe geht's beispielsweise hoch zum Funktionswert 1 und an der Stelle 3 Pi halbe runter zur Minus 1. Der Parameter A streckt diese Pfeile nun auf das 2,5-Fache ihrer Länge. An der Stelle Pi halbe gehst du also nicht nur einen Schritt, sondern 2,5 Schritte nach oben. Analog an der Stelle 3 Pi halbe in die andere Richtung, 2,5 Schritte nach unten. Diese 9 Punkte markierst du mit Bleistift und musst die Nullstellen sowie die neuen Hoch- und Tiefpunkte zu einem Graphen verbinden. Äußerst freundlich wäre es übrigens, wenn du deinen Mathelehrer oder deine Mathelehrerin nicht wieder zur Weißglut bringst. Der Graph der Sinus-Funktion sieht nämlich nicht so aus. Gib dir also bitte beim Zeichnen etwas Mühe. Ganz ähnlich funktioniert das auch, wenn der Parameter A negativ ist, hier im zweiten Beispiel bei –3,2 liegt. Das Vorgehen unterscheidet sich nur in einem kleinen Punkt. Wenn der Parameter A nämlich negativ ist, kommt zu der Streckung oder Stauchung zusätzlich noch eine Spiegelung an der x-Achse hinzu. Anstatt an der Stelle Pi halbe, also einen Schritt nach oben zu gehen, gehst du nun 3,2 Schritte nach unten, genau umgekehrt. Wieder analog bei den anderen Hoch- und Tiefpunkten und wieder markierst du dir die Koordinaten der 9 Hoch- und Tiefpunkte und verbindest alle Punkte durch einen Graphen. Sobald du das mit dem Zeichnen und dem Einfluss des Parameters A so richtig verstanden hast, ist das Ablesen von Funktionsgleichungen bei einem gegebenen Graphen auch kein Problem mehr. Im Prinzip ist es ja nur die Umkehrung. Heißt im Konkreten, dass du nur ablesen musst, auf welcher Höhe die Hoch- und Tiefpunkte liegen, denn genau um diese Höhe musste die normale Sinusfunktion vorher gestreckt werden. Hier im Beispiel geht die Sinusfunktion an der Stelle Pi halbe nicht ein, sondern ganze 1,5 Schritte nach oben. Der Parameter A muss demnach genau 1,5 sein. Im zweiten Beispiel geht's für die Sinusfunktion im Intervall von 0 bis Pi halbe nach unten. Der Parameter A muss daher negativ sein und liegt hier ungefähr bei –2,8. In der Anwendung ist der Parameter A also wirklich gar nicht so schwer. Dafür aber der nächste, der Parameter B. Von all den vier Parametern, die du bei der Sinusfunktion kennenlernen wirst, sicherlich vom Verständnis her der schwierigste. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass diese kleinen Flitzer hier zu einer super Erklärung führen werden. Falls du also Bock hast, sehen wir uns im nächsten Video. und dann, die wir im Hier haben. Vielen Dank.